Heute ist, das könnt ihr hier oben ganz gut erkennen, der 24. Dezember. Ich bin im Kiteshop und werde jetzt gleich den höchsten Betrag spenden, den ich mir im ganzen Leben gespendet habe. Und das, was es mir ermöglicht, sind eure Bestellungen hier bei uns im Shop. Ich ziehe mir erstmal meine Jacke aus. Ich denke gerade in diesem Jahr gibt es viel, worüber wir uns beschweren können, was uns irgendwie unangenehm ist, uns drückt oder uns vielleicht sogar in Gefahr bringt. Und bei all dem, was wir jetzt gerade durchmachen, sollte man sich mal überlegen, was unsere Vorfahren vor 60, 80 Jahren durchgemacht haben in ihrer Kindheit und dagegen ist das, was wir hier gerade haben, echt nicht der Rede wert eigentlich. Und ich glaube einfach, dass selbst wenn wir jetzt meinen, dass es unangenehm ist, was wir hier erleben, ey, es gibt Leute, denen geht es so viel schlechter als uns. So viel schlechter. Und jedes Jahr spenden wir hier vom Kiteshop einen Teil unseres Umsatzes an eine Hilfsorganisation, die sich Ärzte ohne Grenzen nennt. Und das werden wir in diesem Jahr genauso machen. Und es wäre nicht möglich gewesen, diese Spende zu machen. Es wäre nicht möglich, diese Spende zu machen, wenn ihr bei uns nicht so viel bestellt hättet. Und ich kann in dem Sinne mich im Namen vom ganzen Team bedanken für alles, was ihr in diesem Jahr das beigetragen habt. So, jetzt spenden wir mal was Schönes. Danke. 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 Okay, also in dem Sinne nochmal vielen Dank, dass ihr in diesem Jahr bei uns bestellt habt. Jetzt aber kommen wir zu der Verlosung von dem KiteBot. Hier spricht Dorian von KiteBody. Moin. Entschuldigung, mit wem spreche ich? Dorian von KiteBody, hallo. Hi, Servus, grüß dich. Grüß dich. Jens, du, pass auf, du hast ja bei uns am 8.12. etwas bestellt. Ja, das ist korrekt. Und hast du mitbekommen, dass wir so ein Gewinnspiel gemacht haben? Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Ja, dann gratuliere ich dir. Du hast ein Elevate-Process-KiteBot in deiner Wunschgröße gewonnen. Ach, wie geil. Ernsthaft? Ja. Das freut mich so klar. Ja. Das finde ich mega. Da brauchst du jetzt meine Größe wahrscheinlich, oder? Ja, sehr gerne. Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich ein 1.41 von Core bei euch ja bestellt. Ja. Jetzt ist die Frage, was würdest du als Zweitgröße empfehlen? Es gäbe jetzt ja die Möglichkeit, wenn du in deinen Windbereich erweitern würdest, das KiteBot hat den gleichen Wert. Wir könnten ja auch auf ein Elevate-Ignition-Leichtwind-KiteBot wechseln. Dann hast du noch ein Leichtwind-KiteBot und ergänzt so die Range ganz gut, die du da hast. Das finde ich super. Ja. Ja. Ich freue mich auch sehr für dich. Schön, dass du mit dir persönlich zu sprechen. Also, ich folge dir schon ein bisschen länger auch auf YouTube und sowas, muss man sagen. Also, cool, was ihr da so auf die Beine stellt. Ja. Und vor allem auch gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ja. Das freut mich zu hören. Vielen Dank für dein Feedback. Das mache ich natürlich nicht alleine. Also, wir haben echt jetzt mittlerweile ein größeres Team und die halten mir den Rücken frei, damit ich diese Videos machen kann. Also, da gebe ich deine Grüße auf jeden Fall an das ganze Team nochmal weiter. Sehr gerne. Mach das. Ne, also, das ist wirklich sensationell. Das war aus der Grund, warum ich mich bei euch bestellt habe. Weil, also, ich bin in München, ich bin gebürtiger Rügner. Ja. Also, komme auch von der Küste oben. Aber es ist echt mega, was ihr da so auf die Beine stellt. Ja. Vielen Dank. Macht Spaß, euch zuzugucken. Ja, vielen Dank. Jens, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß auf dem Wasser. Schöne Feiertage. Und vor allem, dass du gesund bleibst. Danke. Ich wünsche euch jetzt ein frohes Fest. Es tut mir leid für alle, die nicht gewonnen haben. Aber ich denke, das war wirklich was ganz Besonderes, was wir da ermöglicht haben. Mit unserem Partner Elevate, der das Kiteboard zur Verfügung gestellt hat. Die nächsten Tage ist Wind. Und ich habe ein bisschen Zeit, Videos zu machen. Die nächsten zwei Tage ist Wind. Vielleicht habt ihr abends die Zeit, euch eins meiner Videos anzuschauen. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch zusammen. Wünsche euch ein frohes Fest. Wir danken euch noch einmal aus tiefsten Herzen dafür, dass ihr bei uns bestellt habt und uns ermöglicht habt, eine so hohe Spende an Ärzte und Grenzen zu leisten. Das ist etwas, was ihr ermöglicht habt. Und vielen, vielen Dank dafür. Passt auf euch auf und bleibt gesund.